Untertitelung des ZDF, 2020 Das Rettungsteam fliegt zu einem abgelegenen Regensburger Vorort. Gemeldet wurde ein schwerer Arbeitsunfall. Der Notarzt Matthias Amann wird den Verletzten versorgen. Bei möglicher Lebensgefahr hat jeder Bürger einen gesetzlichen Einspruch auf notärztliche Hilfe. Wie dieser Anspruch erfüllt wird, ist sehr unterschiedlich. Rettungsdienst ist Ländersache. Mitarbeiter der Leitstelle, in der die Notrufe eingehen, haben den Hubschrauber alarmiert. Für einen Transport des Verletzten mit dem Rettungswagen wäre das Krankenhaus zu weit entfernt. Der Rettungswagen mit den Rettungsassistenten ist schon an der Unfallstelle eingetroffen. Der Notarzt stößt nun dazu. In diesem Sägewerk hat sich ein Arbeiter schwer an der Hand verletzt. Der Notarzt gibt schmerzstillende Medikamente. Der Patient muss nun schnellstmöglich in eine Spezialklinik geflogen werden. Der Fall zeigt die Stärken des deutschen Rettungssystems. Es ist flächendeckend. Der medizinische Standard am Unfallort ist hoch. Doch die Kosten im Gesundheitswesen explodieren. Alles, auch die Rettungsmedizin, kommt auf den Prüfstand. Dieser hohe Qualitätsanspruch hat natürlich seinen Preis. Und es wird für uns und für die Politik immer schwieriger, die Mittel dafür aufzubringen, um ihn zu bezahlen. Der Ärztemangel wird uns zunehmend Probleme bereiten. Schon jetzt gibt es weiße Stellen der rettungsdienstlichen Versorgung. Das heißt, Patienten sind in der Fläche notärztlich nicht mehr sicher versorgbar. Die entscheidende Frage ist, wie können wir angesichts des Ärztemangels und des immer zunehmenden Kostendruckes die zweifelsohne qualitativ hochwertige Notarztversorgung in der Bundesrepublik aufrechterhalten. Das Projekt MedOnX des Universitätsklinikums Aachen soll Antworten liefern. Einsatzstelle Nizza Allee, Einsatz für den NRW der Hauptwache. 5000 Ärzte fehlen allein in deutschen Kliniken. Die Not ist groß. Für den Notarzt und seine beiden Rettungsassistenten steht ein Fahrzeug bereit, das neben der medizinischen Ausstattung über außergewöhnliche Kommunikationstechnik verfügt. Zeitgleich wird ein weiterer Notarzt alarmiert. Max Skorning unterstützt das Rettungsteam über Funk, in Deutschlands einziger Telenotarztzentrale. Der Notruf deutet auf einen Herzinfarkt hin. Jede Minute zählt. Die goldene Stunde der Rettungsmedizin hat begonnen. Wir sind auf dem Weg in Zahlle. Melde über Akutatoraksschmerzen. Dann melde ich mich dann gleich, wenn ich das Herz meiste. Wie gut kann ein Arzt helfen, der gar nicht persönlich beim Patienten ist? Diese Frage soll das Aachener Projekt wissenschaftlich klären. Denn schon jetzt fehlen in Deutschland Notärzte und das bei steigenden Einsatzzahlen. Was denn passiert? Guten Tag. Berkrad ist mein Name. Inwiefern ist es Ihnen nicht gut? Machen wir ein Puls-Oxy mal eben dran. Aber ihr könnt eigentlich schon mal die Trage holen. Das ist Nulldraht. Dann gucken wir, dass wir schnell ins Auto kommen. Schreiben mal ein EKG und so. Der Telenotarzt in der Zentrale erfasst inzwischen die Einsatzdaten. Natürlich ist es auch so, dass der Telenotarzt einfach einen ruhigeren Kopf vor seinen Monitoren hat. Und wenn an der Einsatzstelle tatsächlich mal der Tunnelblick besteht oder das Blackout, von dem man so häufig redet, weil man gestresst ist in der Situation, falsche Prioritäten setzt, dann kann der Telenotarzt gut eingreifen. So, Max, wir gehen jetzt in der RTW rein. Sobald die Patientin im Rettungswagen ist, kann der Telenotarzt alle Maßnahmen mittels einer fest installierten Kamera beobachten. Entscheidend ist nun die sofortige Diagnose, ob wirklich ein Herzinfarkt vorliegt. Die Patientin wird an ein mobiles EKG angeschlossen. Veränderungen im EKG-Bild sind Anzeichen für einen Infarkt. Der Arzt in der Zentrale überprüft die EKG-Kurve und stellt Auffälligkeiten fest. Wenn wir dann gleich so weit sind, dann geben Sie mir mal die Medikamentenliste. Der Notarzt vor Ort bereitet derweil die Medikamentengabe vor. Also drei Medikamente nehmen Sie. Eines der Medikamente, die die Patientin regelmäßig nimmt, kennt der Notarzt nicht. Sein Kollege recherchiert im Arzneimittelverzeichnis. Es ist ein Mittel gegen Herzrhythmusstörungen. Verträgt es sich mit Aspirin, das der Notarzt zur Blutverdünnung spritzen will? Ja, entscheidet der Telenotarzt. Dann sucht er für die Patientin einen Platz in einem Herz-Katheter-Labor. Wieder hilft der Telenotarzt, entscheidende Minuten einzusparen. Wenn in Zukunft nicht mehr genügend Notärzte zur Verfügung stehen, könnte auch ein Telenotarzt die Rettungsassistenten unterstützen. Das wäre besser als gar kein Notarzt, sagen die beteiligten Mediziner. In Zeiten des Notarztmangels, glaube ich, wird gar kein Weg mehr dran vorbeiführen, dass zumindest für einen längeren Zeitraum Rettungsassistenten auf sich alleine gestellt sind. Und wir hoffen doch sehr, dass sich solche Tele-Unterstützungssysteme etablieren werden, damit ärztliche Maßnahmen zumindest ärztlich begleitet werden können. Unser Notarzt-System ist in Not. Für die Leitstellen wird es immer schwieriger, Notärzte rund um die Uhr verlässlich einzusetzen. Die Zahl der Einsätze hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Rund 6000 Mal am Tag werden in Deutschland Notärzte alarmiert. Doch es dauert immer länger, bis der Arzt eintrifft. In den letzten 15 Jahren stieg die Zeit vom Notruf bis zum Eintreffen beim Patienten von durchschnittlich 9 auf 12,3 Minuten. Dieser deutliche Anstieg hat mehrere Ursachen. Das Netz der Notarztstandorte wird immer mehr ausgedünnt. Ärztlicher Nachwuchs fehlt, vor allem in ländlichen Regionen. Der Bedarf dagegen steigt. In Deutschland werden die Patienten in den nächsten Jahren deutlich in ihrem Lebensalter ansteigen und in ihren Vorerkrankungen. Da sind wir jetzt am Anfang einer Entwicklung und das wird in einer exponentiellen Funktion zunehmen. In Zukunft ist also mit mehr Notfällen zu rechnen. Werden Menschen mit Herzinfarkt oder Schlaganfall künftig in vielen Fällen auf einen Notarzt verzichten müssen? Was sich hier für viele erschreckend anhört, ist in den USA der Normalfall. Wer wie hier im Schatten der Wolkenkratzer Manhattans einen Notfall erleidet, bekommt zunächst keinen Arzt zu Gesicht. In den Rettungsfahrzeugen kommen bestenfalls sogenannte Paramedics zum Einsatz, vergleichbar mit den deutschen Rettungsassistenten. Meist jedoch muss der Patient mit weniger qualifizierten Sanitätern vorlieb nehmen. In Brooklyn liegt die Station des Freiwilligen Rettungsdienstes von Bedford-Stewesand. Heute, so wie jeden Tag, sind wir angetreten, um Leben zu retten. Bald nach dem Morgenappell geht der erste Notruf ein. Ein älterer Mann hat auf der Straße vermutlich einen Schlaganfall erlitten. Die Sanitäter Matthew und Kelly verlieren keine Sekunde. Bei einem Schlaganfall kommt es vor allem auf Schnelligkeit an. Die Freiwilligen schließen in diesem sozialen Brennpunkt eine Versorgungslücke. Jahrelang fühlte sich kein Rettungsdienst für das Viertel zuständig. Dabei gibt es gerade bei der schwarzen US-Bevölkerung überdurchschnittlich viele Notfälle. Das amerikanische Rettungskonzept ist einfach. Load and go. Einladen und losfahren. Die Amerikaner halten wenig davon, Patienten am Notfallort aufwendig zu stabilisieren. Wir bringen Sie sofort ins nächste Krankenhaus. Auf eine längere Behandlung an der Einsatzstelle ist das System nicht ausgerichtet. Die Sanitäter verfügen nur über notfallmedizinische Grundkenntnisse. Auch für diesen Schlaganfallpatienten beginnt die Therapie erst später, im Krankenhaus. Dieser Ansatz gilt in den USA als praktikabler und billiger. Wenn wir einen Arzt mit dem Rettungswagen hätten, wäre das viel zu teuer. Wir brauchen ihn nicht. Im Grunde geht es doch nur darum, den Patienten finden, mitnehmen und in die Notaufnahme bringen. Da kommt dann der Arzt ins Spiel. In den USA sind sich Praktiker und Wissenschaftler einig. Ärzte sollten ihre Arbeitszeit nicht in speziellen Notarztzentralen mit dem Warten auf Einsätze vergeuden. Sicherlich wollen sie doch auch in Deutschland gute Ärzte in der Notaufnahme haben. Wenn dann noch lauter gute Ärzte in Rettungswagen herumfahren, kostet das bestimmt eine Stange Geld. Aber wenn gute Ärzte im Krankenhaus fehlen, weil sie draußen herumfahren, dann ist die Sache nicht gut organisiert. Das deutsche Rettungskonzept sei zu teuer, meinen also manche US-Experten. Die Schwächen des amerikanischen Systems sind jedoch unübersehbar. Die Sanitäter aus Brooklyn sind auf Spenden angewiesen. Obwohl man in den USA auf Notärzte verzichtet, ist für das Rettungswesen nicht genug Geld da. Das bekommen auch die Sanitäter aus Brooklyn zu spüren. Hier wird viel improvisiert. Die Kantine dient zugleich als Ausbildungsraum. Doch ohne Freiwillige stünde es schlecht um den Rettungsdienst. Vor allem in Vierteln, in denen ethnische Minderheiten leben. Jeder fünfte Schwarze hat keine Krankenversicherung. Wegen der Kosten gehen viele nicht zum Arzt, bis eines Tages der Notfall eintritt. Daneben hält Gewalt die Retter in Atem. Kämpfe mit Messern oder Schusswaffen sind in dieser Gegend an der Tagesordnung. Schusswunden, Stichwunden, sowas haben wir mindestens einmal am Tag. In jeder Schicht ist das die Mehrzahl der Einsätze. Und gerade bei solchen Verletzungen ist es besonders wichtig, die Patienten so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen. Verletzungen durch Waffengewalt kommen in den USA häufiger vor als in Europa. Das US-Rettungssystem ist darauf eingestellt, es hat einschlägige Erfahrungen gesammelt. Good morning Vietnam! Der Vietnamkrieg zwischen 1965 und 1975 gilt als der Ursprung des heutigen amerikanischen Rettungssystems. Meist kämpften kleine Trupps mitten im Busch, fernab von ihren Einheiten. Bei Schussverletzungen gab es nur eine Chance. Load and go. Den Verwundeten aufsammeln und wegschaffen. Diese Strategie bewährte sich in Vietnam. Schussopfer auf dem Schlachtfeld zu behandeln, hätte wenig Sinn gehabt. Es galt, die goldene Stunde zu nutzen und Verletzte so schnell wie möglich auf den Operationstisch zu bringen. In sicherem Abstand von der Front. Wir sind da nicht mit einer Art Mini-Krankenhaus auf Rädern im Schlachtfeld herumgefahren, wie Deutsche oder Franzosen es vielleicht versuchen würden. Unser Ansatz ist, ein echtes Feldhospital in der Nähe der Front. Das muss gar nicht schick aussehen, aber es muss voll ausgestattet sein und jede Operation möglich machen. Das ist unsere Lehre aus dem Krieg. Was in Vietnam begann, hat das US-Militär im Irak und in Afghanistan perfektioniert. Verletzte werden inzwischen schnellstmöglich unweit der Front operiert. Militärärzte sprechen schon nicht mehr von der goldenen Stunde, sondern von den Platin-10 Minuten. Die Überlebensrate verwundeter Soldaten ist auf mehr als 90 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Wert in der Geschichte von Kampfhandlungen. Das US-Militär strebt nach Perfektion und hat auch die finanziellen Mittel dafür. Der zivile Rettungsdienst in den USA ist davon weit entfernt. Das zeigt sich auch in Manhattan. Mit Load & Go werden die Patienten zwar rasch in die Notaufnahme gebracht, doch hier geht die eingesparte Zeit häufig wieder verloren. Die Notaufnahmen sind regelmäßig vollkommen überlastet. Ärzte sind Mangelware und sie sind teuer.